so los geht der spaß kloß im hals aber vom feinsten machen wir sie fertig oder was machen wir sie jetzt fertig also ich kann keine waffen wechseln ich werde gehackt habe ich keine funktioniert ja aber ich habe keine ich kann nicht auf meine pistole wechseln das ist das jetzt ich drücke die tassen ich drücke ich kann nicht auf meine pistole wechseln das renne ich nur mit messer rum wo ist denn hier mal einer gestorben nee das ist egal geht gar nichts da meine pistole gar nicht weggeworfen so was bescheuert ist nein doch du hast es doch weggeworfen wirf die pistole weg oder nicht und dann hast du wahrscheinlich schon weggeworfen nein alter ich renne hier was ist das für eine scheiße was tue ich hier ich krieg mein bonbon nicht auf ich habe doch meine pistole nicht weggeworfen aber halt deine fressen das sind ein sabrinos Ich hab einen schossen, ich hab doch nicht gerusht, ich hab keine Ahnung, oh doch, er hat gerusht. Haben zwei gerusht. Ich versteh ihn nicht. Wir gehen auch gleich. Das Gelaber schon wieder. How many Submarinos do you have? Der Ene klang irgendwie deutsch, aber er war scheinbar doch nicht deutsch. Der ging so mal an deutsch. Ja ich weiß nicht, manchmal klingen die echt aus. Ah, ist mich runtergefallen. Gestern, Alter, in der Runde war das eine Impa-Position, hat mich keiner gekriegt. Jetzt konnte ich ja schön alle wegsneaken. Aber diesmal kommt es ja scheinbar nicht. Mann, willst du mich rollen, Alter, Hitbox? Alle außen, oder? Mann, Mann, ein Silo! Auf dem Rolltor, oben auf dem scheiß Dach. Okay. Halt doch mal deine Fresse! Two outside, two outside! Oh Leute. Zwei sind außen. Schon wieder eine Party hier am Start. Ja klar, hat er mich gehadert, Alter. Ah, mit Decke unter dem Arm ist scheiße, Mann, da ist es zu hoch. Was labert denn der? Mit wem redet der eigentlich? Ups. Ich hab keine Ahnung, mit dem der labert, der Depp, Alter. Oh, da ist er. Da ist er. Cat, Cat. Wo rennt er denn jetzt lang? Was machst du da? Trenn doch eine große Runde. Der liegt. Der hat gelegt. Wenn du den nicht kriegst, der hat nur Pistole. Oh, eigentlich. Nice. Schön. Wundergeil! 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 Die Gäupte der Rieste Wien! Was ist der Bizeps, Alter? Was ist denn nur los hier? Ritten alle hier so ein Dünnfell? Was ist denn hier los gerade, Alter? Aber die beleidigen sich ja alle vom Feinsten. Das sind alles die Super-1-Spieler. Meinst du? Geh weg. Bartolomeos, du bist nämlich der absolute Aim-Wunder. Bist du nämlich... Outside. Wie viele? Keine Ahnung. Geh weg! Geh jetzt mal runtergelaufen, oder was ist das hier los? Ach, und ich verkack so, Mann. Ah, 3 Secret. Wo, oben oder was? Oben wahrscheinlich, ja. Dachte die gehen runter. Es waren noch 3 Secret, aber vielleicht war die Bombe nicht Secret. Einer ist hinten am Schacht, rechts. Da schießt er auf mich. Fuck, Alter, Mann. Voll daneben. Ach, das ist doch scheiße hier alles. Scheiße! Gar nichts. Kauf lieber nichts. Ach doch, ich kaufe es. Der Flo, der hat daneben geballert. Yalla, yalla, yalla. Doch jetzt wird alles besser. Laber, der Typ eigentlich immer noch... Also laber, der Typ immer noch so viel. Ich hab den jetzt gemutet, ich hör den nicht mehr. Ne. Regelt gerade keiner. Rompe! Ich bin nicht Rompe. Bin im Turm. Du gehst auf A. Irgendwo sind Scheiben kaputt gegangen. Er hat kaputt gemacht. Ah, ist er. Aber außen kommen welche. Er scoutet sie nämlich alle, oder? Er hat ihn. Gaut wunder. Ich hab mich im übelsten Bizeps. Irgendwer stepped in den Welsentang jetzt aufgeschossen. Mag das nicht, wenn die zu sind. Halt mal die Fresse. Junge. Kommt. Irgendwer. Oh, sorry. Scheiße. No problem, I only lost five. Ja, muss sein denn. 5000! Hätte jetzt sagen müssen. Es wäre voll cool gewesen. Hätte jetzt voll schreien. Hätte jetzt voll schreien müssen. Weil ich ja nicht so weggeballert hab. Hinten die Binnbos. Wo, wo, wo? Boah, zwei Header hat er gefressen, der gute Mann. Ja, Secret war einer dauer. Secret one. Secret one. Nein. Recht jetzt, Flo. Grenade! Commided. Squeaky. Komm noch mal her jetzt hier. Counter-Terrorists win. Ja, steppt im Wind. Hab ihn noch gekillt! Hab ihn noch gekillt! Lötscher. Voll weg gehätert, Alter. In seine fette Fresse. Junge. Oh, geil. Oh, voll. Ich dachte, jetzt kann ich mal eine M4 aufheben. Fängt los. M4 A1, ja. Ne, eine M4 A4 ist das, glaube ich. Jo. Bartolomeos. Du alter Bär. Im Wind. Wind one. Going B. Einer ist schon runtergerannt. One A. B ist Bombs. Oder? Ja. Einer ist hier irgendwo drin. Ja. Inja, inja, defuse. Nice, man. Voll easy, Gotgar. Da hat der gute Manmur ein wenig zu schnell gelegt. Und der Rest kam nicht hinterher gewandelt. Oh, fucking americans. Ne, 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 ne. Ja, stimmt. Leben nicht, du Affe. Keinsten, Alter. Das sind die schlimmsten, die es überhaupt gibt in diesem Spiel. Gestern hab ich einen zugeguckt, Junge. Der war so krank, Alter. Es gibt wahrscheinlich... Global Elite gespielt. Das ist ja wirklich... Elite da, Elite. War so krank, wie der gespielt hat, Alter. Ne, wie der die Leute gekillt hat, ist die Kamera nicht dabei. Der ist K2 gemietet. Im Vorraum sind welche in der Lobby. Einer ist... One ist B. Äh, Band. Einer ist im Band runter. Flushbine. One outside. Oh, AWP, Alter. Einer war Wind und einer outside, Sachse. Ja, AWP ist draußen und einer ist runter. Okay. Einer wird A kommen. Wer hat denn die Flash geworfen? Ey, was ist denn nun los, Alter? 83 und 2. So ein Scheiß hier. Warum er mich bitte anlifet? Habe ich ihn nicht getötet kriegt. Einer ist A. Versteht die Welt schon wieder nicht. Alter, die zwei Sticker auf der AK. Richtig hässlich. Ah, da ist er da. Der letzte ist A. Ja. Ah, du Feinde macht, Leroy. Ich bin stolz auf das. Ich bin stolz auf das. Eine meiner leichtesten Übungen. Sorry. Overdrive. Overdrive! Overdrive. Das wäre geil. Ich habe schon mal gegen einen aus Team Bizeps gespielt. Ich dachte absolut nichts, Mann. Ich dachte erst, das wären die absoluten Kollegah-Fans. Wenn du verstehst, was ich meine. Salat rumpfter. Bizeps... Bizeps minster. Genau. Weg gehettert, du kleine Schlappe! Ach, dieser Lachen. Fuck. Molte. Ja, Molte. Was? Ich verstehe mal kein Wort, was der erzählt. Hab ich noch gemutet. Oh, Rampe. Hey, ich renne doch nicht weg. Alle Rampe, oder was? Ich weiß es nicht, Bombe war ich auf jeden Fall. Interessant. Der ist weggerannt. Einer von uns. Er steppt doch ganz schön was. A. Die Gammel... Ich bin auf A. Wer ist denn Gelb? Wo ist Gelb? Bombe ist down, Cat. Bombe ist down, Ace-Bot. Sorry, sorry. Moment, hab ich was gehört? Ich weiß auch nicht, ob bei uns... Das war auch ich. Okay. Bo? Sorry. Okay, cool. Oh, damn. Sorry, sorry, sorry. Das war aber auch direkt ein Headshot, ne? Direkt auf A, oder was? Ja. Immer noch? Ja, ne. Ich glaub schon. Alter, es war aber auch direkt der Headshot, ne? Ich seh hier. Er kommt um die Ecke, er kommt um die Ecke. Ich erschrecke mich. Ja, keine Bombe. Irgendwo rumliegen. Drück halt einfach nur durch und drück ihn halt direkt in den Kopf. Wenn ich da jetzt nicht irgendwie sehe ich ihn aus. Ich bleib hier. Ich weiß nicht wo. Ach ne, die Bombe betickt doch hier. Was sag ich? Aber wo? Ach da. Ja. Ach so, Bartholomeos ist der Letzte. Ich dachte, ich habe jetzt jemanden getötet, der wichtig ist. Ah, da kann man auch mal ein Teamkill machen, ne? Geil, Leroy. Ach, das war so... Erzähl der. Oh, Bartholomeos mit der Autosniper. Alter, das hättest du mal sehen. Das war einfach nur One-Click. Ich hab noch nicht auf die Karte geguckt. Luckshot, Alter. Er kommt um die Ecke links gelaufen und drück ihn einfach direkt in den Schädel. Weil du ein geiler bist. Ich sag doch, du bist mein Mann. Du bist mein Mann, Junge. I got my heart and overdrive. Schießt du mich? Hm. Tja. Weiß Flash. Ich weiß nicht, irgendwie irgendwas ist mit meiner Mama nicht richtig. Schließt sich auch einfach falsch. Kommt, ihr Geilen. Kommt, kommt. Kommt, 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 kommt. Bombe da in Club Lobby. Äh, Bombe ist in Lobby. Bombe ist in Lobby. One is on the roof. Auf dem Dachmenster. Glaub ich. Also, der hat auf jeden Fall grad auf mich geschossen, der gute Mann. Wo ist er? Hä? Ich hab mich ein Gagger gesehen. Perfekt Scheiße hier. Das ist eine langweilige Runde. Langweilig. Ich rush jetzt. Ich brauch Kills. Was? Wengars? Ich brauch Kills, Alter. Ich muss da jetzt durchrennen. Ich muss sie alle wegknallen. Move it, move it. Ich bin jetzt Sturmsoldat. Nur Vanga, Venga. Sturmsoldat, da, da, da. Was erzähl ich eigentlich, oder? Eine Ahnung. Ne, ich bin doch nicht Sturmsoldat. Ja, hier steht einer auf einer Trof. Lappen. Ich steppe ihn hier voll in der Lobby rum, glaube ich. Auf der Ruf, Wann. Ihr müsst ja nicht rushen. Wieso grad gar nicht wo die hier sind? Die sterben nur alle. Wann ist... Können die Rampen durch sein? Ich glaub, die kommen aber außen. Deploying Flashbine. Das sagt mir halt keiner was an. Und den einzigen, der was anladen könnte, hab ich wahrscheinlich gemutet, also. Nein! Nein! Mann! Oh, den? Muss denn nachladen. Ah, und durch die Tür durch. Flashbine. Fick ey, es sind Bullshit. Das ist immer die Scheiße an der Wache, da mit 20 Schuss. Das ist natürlich verkackst. Heiß an der Wache, weil ich die noch 20 Schuss habe. Weil die so low sind. Kötzen könnte ich gerade, Alter. Das ist auch Kötzen, dass ich mir da Abo so verschossen hab. Kötzen K, braucht jemand was? Ne, ihr habt alle gefehlt. Braucht doch einen Scheiß allein. Alter, komm klar, Alter. Du Eko-Ist. Aaaaaaah, Bobby. Flo, Flo guck mich mal an. Wann? Ziemlich erschießen, oder was? Du hast dich zu schnell bewegt, den Screenshot gemacht, wie ich dich abschiesse habe. Oh, kannst du mal Vogelgast kriegen. Äh, wie er... Uff, der ein frechiges Mundwerk gekriegt. Aha, le Boy. Monestino, jumping down to Mac. Bustin. Mal werde ich gesnackt, ey, von solchen Lappen. Schön ist das doch nicht. Ich darf nur noch zwei Leute töten. Bis ich eine Sperre kriege. Okay. Bist ja ein geiler Typ. Machst du immer schönen Teamkill, oder was? Ich habe gestern aus Versehen schon eingetötet und jetzt vorhin noch den Headshot verteilt. Ich telefoniere erst mal rum. Hallo, hallo, hallo. Der Telefonkörter Stasi. Junge. Stasi. Ach, ich bin bereit, aber bereit. Facebook ist Stasi. Vom Feinsten. Neustere Technik. Pff. Ist doch die Wahrheit, Junge. Wahrheit vertrickst doch gar nicht. Nein. Danke für die Teamflash. Ich habe sie nicht geflasht. Flashbine. Ich werde glücklich schätzen. Oh, oh. Kein Spiegel. Secret, Secret. Ach, Mann. Weil sie alle halt kommen und keiner was ansagt. Ich kann ihn sehen. Ich kann nichts ansagen, wenn ich keine Feinde sehe. Weggerotzt. Wo ist der letzte? Was? Was? Garage? Wo ist denn hier eine Garage? Das riesen Ding soll eine Garage sein. Das ist doch keine Garage, alter. Das ist das Mac. Das ist eine riesen. Ich weiß, es steht noch ganz groß drüber, dass Mac ist. Oh, fuck. Ich wollte die nicht noch aufheben. Und hier geben. Ja, kauft euch doch alle eine Arme. Mit Autosniper. Er ist auf Road. Hey, ich will meine Waffe aufheben. Meine Noob-Waffe, alter. Wenn ich trotzdem nur 8-4 hab. Wuhu. Fing's egal, oder? Fing's egal. Pass auf, wir haben eine Flash. Oh, da kommt was, da kommt was. Oh, yeah, yeah. Die Schweine kommt. Auf die Bank. Ey, wie ich halt grad fail, man. Ach, das ist doch scheiße. Eine Secret runter. Kommt grad nicht klar. Tja, irgendwo überall schritte. Ich will mich gleich verfolgt, ey. Jetzt werde ich überall zugetextet. Das lenkt mich nur ab. Wo, 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 wo. Äh, wrong way. Was? Auf A. Das Calibar am Wind. Am. Am. Sein Rot. Geh, da war am Wind. Am. 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 was ist es kaputt. Der Klang ist scheiße, ja. Ich hab immer so'n Kratzen. Muss den mal ins Gönnen. Ja ne, ich hab kein'n Geld gerade. Musst du mal anschaffen gehen. Vor allem hat der eigentlich auf dieser Raspel hier so'n Strichgut. Sieht aus wie wenn du dir was kurvst, hier so'n Gut. Ohlol. Das sah eigentlich schon wieder längst aus, das wär da schon lange aus dem Fadenkoltz rausgerannt. Wormt heißt den Klicks. Deine Fresse, Arno. Hup' ich dich weg. Ja, die waren ganz im Kick auf und da hat die manchmal so'n Strichgut drauf. Geil. Er scheint gut abzugehen. Muss ich wohl mal wieder'n Kick gehen. Platzier. Komm her, Junge, komm her. Komm her, ich schlitz dich weg, Alter. Mach dich fertig. Fick und fertig, Junge. Fick und fertig. Deploying Flashbang. Ja. Na ganz coole Idee. Chi begegne. Äh... Event ist broken. Äh... Event ist broken. Woz me, woz me. Ok da ist eine, äh... Outside squeeke. Squeeke! easy got es sind zwei draußen ja einer ist rechts ja genau ich kann dir zeigen wo er ist aufpasst er macht euch einfach und erster der angeboteten die nein er muss aus und entscheid mich dann zu spät dass ich es nicht haben will er hat der typ aufgehoben es war so geplant mann ich wüsste dass er keine waffe deswegen habe ich ihn mal schnell an der zugeworfen dachte er kann noch ein bisschen mehr geld ein bisschen gar nicht ich steige sowieso nicht auf warum soll ich ihn dann richtig spielen das macht doch das total sinnlos ja einer ist schon wieder oben ist das schon wieder behindert alter hauptsache er drückt mir einen headshot m m m er ist im wend bereits das nicht gesehen hat hat er auch nicht rechts im wend ist der sinnlos wo ist und hüßel ist am liebsten und die die man die fressen die tipps bettungen wird so bedürft zu jung für dieses spiel seid und nicht klarkommen auf eurem die Eben. Hä? Hä? Willst du der Dancing Queen? Willst du der Dancing Queen? Er hat dich schon mal von hinten mit rechts gemessert. Ne. Ne, nur mein Messer quer durch die Pove zu ziehen. Stopp. Schule Köttergranate. Boah, ich freck ihn wieder nicht. Hey, wieso hab ich den nicht gefühlt? Hey, ich dachte, ich hab den getötet. Dachte ich echt. Jaaa, meine Fresse, Alter, Kriegchen Hedder oder was? Die anderen zwei, die chillen ihren Leben. Ach, können schon wieder kotzen, ey. Aber hey, ich bin auch nicht warm gespielt. Die erste Runde heute. Aber hey, selbst wenn ich warm gespielt bin, wird's auch nicht besser. Ich bin jetzt hole, so hier. Tu es, Boncho. Tu es. Oh, Terroriste Wien. Na, ne. Hast du's schön gemacht. Hast du's schön gemacht. Hast du's schön gemacht. Ich bin so stolz auf dich. Es ist vorbei, bye, 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 Unimond, oh mein Gott. Es ist vorbei, leck mein Ei, ei, eiee. Toll, der wirft die Waffen weg, hätte ich auch nicht nehmen können. Nein, doch nicht. Noch zwei Runden gewinnen. Uuuuh, Ixigatka. Hätten wir gern noch ein paar, zehn Kills mehr. Das gefällt mir so nicht. Was ist das machen, mein Freund? Er wirft sich halt auch nicht über die kleine Ledge drüber, Mann. Das will der Failward, Mann. Jawohl. So oft das Spiel zu spielen. Ja, jetzt irgendwie, ne, anscheinend nicht. I'm throwing a Flashbang. Outside steppt halt noch ein bisschen auf. Wir sind schon auf dem Weg zu B. Yeah, Baby! Weggehellert! Wuh! Grenade, grenade. Bum, ba, bum. Komm, jetzt krass mal richtig aus. The Predator! Wuh! Wuh! Dancing! Bautolomeus hättest jetzt auch für einen übelsten Hardcore-Pro mit seiner Autosniper. Freilich! Mach die ganze Zeit den komischen Sparks-Boy down, Alter! Alter! Alter, Leeroy! Alter! Ja komm, wir bruschen hier mal drauf. Los! Voll verkackt. Ey! Uzi-Power oder was? Ich hab voll verschossen. Mit meinen Sommersprossen. Voll schlecht heute, ey. Was freut mich hier noch? Ey. Leif. Ob er mich an die... Och, komm, verlier die Runde. Ich will noch mal. Stirb bitte. Ob dieser Sticker eigentlich seine Farben ändert? Ja, je nachdem wie du guckst. Voll immer. Aber warum steckt der die auf die Wasser? Das ist überhaupt nicht. Jaaa! Noch ne Runde! So mal ausrasten. Du müsst da runterfallen und sterben. Das wär lustig. Jaaa! 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 Was macht der? Ey, der defused nicht. Soll jetzt noch mal Mühe geben. Ich hab kein Geld, alter. Ich guck in die Diegel. Jetzt raste ich aber aus. Ne, warte mal. Ich guck mir hier so ne Noob-Uzi. Hier, Meck. Alter, aber jetzt. Jaaa! Baby. Hier sind die coolsten, wenn wir cruisen. Ich find's so geil, wie er die Diegel hätten, dann wie so geil in seine Finger reindreht. Geil, oder? Voll der King. Das ist ja richtig gala. Bei der Master of Disaster. Ghetto Cluster with Disaster Cluster Master. We know what I mean? Ne. Hallo. Ich hab die Uzi am Start, ne? Wer hat die Uzi am Start? So crazy ist der Mann! Ja, ich hab einen Druck. Ich hab meine Uzi weggehätert. Wo, wo? Terroriste Wien, meine Freunde. Ich bin zwar letzter, aber egal. Oh, ich bin nicht aufgestiegen. Ich dachte, steig auf. Na ja. Geil. War ziemlich langweilig. Aber hey, was soll's. Hallo. Aus rein. Behindert, Mann. Behindert, Mann? Wahnsinn! Du hast dir das Video bis zum Ende angeguckt und mir ist gerade der Text eingefallen und du hast Zeuge dieses legendären Outros. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einfach ein Feedback da. Oder abonnier uns sogar, wenn wir dir gefallen haben. Und schau dir einfach mal die nächsten Videos an. Oh, ein dicker Versprecher. Aber das macht nix. Ich mach einfach weiter. Ist mir scheißegal. Und hier. Aha! Genau, hier. Die fetten Playlists, Junge! Guck dir die Playlists an. Schau einfach mal durch, was dir gefällt. Wie gesagt, abonnier uns, falls wir dir gefallen haben. Kannst uns auch gerne deine Kommentare sagen, ob wir gut waren, was wir verbessern müssen. Und ja, das war's dann. Subscriben kann er auch noch. Siehst du den Button nicht? Nein. Für was bezahl ich dich eigentlich, Ara? Alles kurz vergessen. Raste mal nicht aus, gell. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis in der nächsten Folge auf BTV!